Was? Golden Fingers. Entkommen können sie nicht. Lassen wir nicht zu. Lassen wir nicht zu. Das holen wir uns. Mal die freie Spiele starten. Auf gehts, Gas geben wir jetzt. Oder ja oder nein. Hallo. Alle Spalten sollen die Münze mal kommen. Kann passieren. Kann auch passieren. Christian. Da hat auch ein Bremen, ein 30er. X3-Multi mitnehmen. Wer hat Bock? Natürlich. Also auf jeden Fall. 10-1 hat 12. Nix. 5er läuft das super, wir bleiben auf dem 5er. Das ist in Ordnung. Das Bild sehen wir erstmal. Ajo brutal Mario. Ui. Der Mann hat nicht gestoppt. Alter, guck mal was da passiert ist. Jetzt Münze Kurva. Gebe Münze. Boah. Auf Kommando Blatt. Jetzt. Bombe. 10er. 10er. Noch eine Bombe. 10er. Alter Vater. Das war wieder die 1000er, wo du durchgerutscht bist. Gell? Mama Mia. Warte ich auch schon, Dicker Winter. Dicke. 10er. 1200 bezahlt direkt. He. Ajo brutal, noch mal ne grüne Achtung, was sag? Noch mal 650, ja. Samo. Apecht jetzt nochmal ein Minze Kurva. Gebe eine Minze. 2000 Tage schon auf dem Tag rum. Wahnsinn. Ja. Brutal. Herzener Tagsüchter. Ja, du meinst doch noch die Tausender geschnappt, hast du gehört? Alter, da geht auch noch mal was da mit der Taurerfleisch da. Sauerstoff. 130 noch mal. X14er Multi drin. Komm noch mal Alkohol rein, irgendwo. 2236 Euro mitgenommen. Unglaublich. Wahnsinn. Wahnsinn. Guck mal was die Balance steht. Achtung. 7250. 7250 Leute. 3000 mal Start Balance. Wir waren nur bei Razer drin. Wir haben hier über 4000 gemacht schon. Und wir bummen die ganze Zeit noch. Alter Freund her. Oh, wow. Oh, wow. Oh. Bis zum nächsten Mal.